Und jetzt sind wir nicht mehr sichtbar. Einen wunderschönen guten Tag, Vanessa. Sie sehen, wir kommen an einem Donnerstag. Das ist der Ort. Zeige mir alles. Eigentlich bis... Da hinten! Wir müssen noch ein bisschen weit gehen. Theoretisch mache ich heute noch bis halb, aber... Viertel vor geht auch noch, eventuell maximal bis 1 Uhr. Maximal höchstens. So, 15 Minuten liegen noch drin. Ich sage mal so, ich sage eine Deadline, 15 Uhr. Äh, 15 Uhr, 15 Minuten. Ich weiß doch, wann er ist. Aber wir haben vorhin schon geredet. Klar, logisch. Er hat nichts gewirkt, ne? Mit Einschlafen. Ah, doof. Äh, ein Buch lesen. Oder... ...vom Fernseher einpennen. Ja, das ist das Assassin's Creed Mirage. Eines der schlechteren Titel von Assassin's Creed, aber der neueste. Und der muss auch durchgespielt werden, bevor dieses Jahr der neueste Teil auf dem Markt kommt. Und ich den auch durchspielen möchte. Auch im Stream. Und auch so wie hier. Was ist denn los? 35 Meter? Wollen wir mal kurz. Bevor wir jetzt irgendwas wieder durchbrechen. Ich bin... Oh, wir können nicht speichern, weil wir hier in einem Gebiet sind, das wir nicht erwünscht sind, ne? So. Äh, so rum. Speichern. Äh, ja, wir nehmen den hier. Hase oder Hasen. Assassin's Creed... Assassin's Creed Strayer. Yo, machen wir, oder? Ach, ist alles in Ordnung. Äh, auf... Auf dem Computer. Beziehungsweise in der Cloud. Aber ja, Computer. Ey, mach mal. Ah, nee, weg da. Das spiel ich auf der Konsole. Ich glaube... Nee, bei mir nicht. Ich habe so ein Problem mit dem PS-Controller. Ich hatte mal eine... Äh, ich glaube... Doch, die PS4 hatte ich mal vor ein paar Jahren. Aber das Problem war daran... Da gib mir Enkido. Ich habe dich gefragt. Dass, äh... Ich mit der PS... Also ich mit der PS4 denke, der Controller. Weißt du... Als Beispiel hier, wenn ich mal wieder einblenden würde. Hier bei der Xbox, beim Xbox-Controller, ist ja der rechte Stick unten, der linke Stick oben. Und das ist für mich hier, für... Fürs Ganze hier, eine wunderschöne Art zu spielen. Das passt für mich von der Hand her, vom ganzen Gefühl her, Finde ich schön. Der PS4 oder generell der PS-Controller, Playstation-Controller, dass er... Dass er die Daumen, so gesehen, äh... Hier unten hat. Wäre... Also... So. Was das Ding hier unten ist, für Steuerkreuz. Da habe ich immer... Nach einer halben Stunde oder so... Schon, äh... Gefühlt... Arthritis bekommen. Keine Ahnung. Kann man das, äh... Ah, das ist so ein... So, jetzt kann ich hier dann mal gucken. Und das war... Haben wir den schon umgebracht? Nee, den Steuereintreiber noch nicht. Und daher, äh... Habe ich dann aus dem Grund die PS4 verkauft. Außerdem, äh... Ja, Spiele gibt es ja auf jeder Plattform mittlerweile. Und egal. Und mittlerweile habe ich sogar von einem Gaming-Rechner auf einen Gaming-Laptop umgestellt. Weil günstiger. Äh... Ja, aber wo, 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 wo gibt es... Haben wir den jetzt schon umgebracht, den Kollegen? Nee, oder? Münze, der Tangier ist die? Ah, PC ist besser. Äh... Kinder... Ich sag's mal so, in einem Monat sind es dann eventuell... Ja, nicht eventuell. In einem Monat sind es dann drei Kinder. Äh... Ja, wo ist denn der Kollege? Ja, aber ich bin doch hier im Gebiet. Oder nicht? Oder was? Oder wie? Oder wo? Ich bin hier im Erkundungsgebiet. Das sind halt alles Leute, die wir umbringen müssen. Aber... Al-Ankar? Nee, Al-Ankar wird nicht angezeigt. Also... Das ist so ein... Das ist ein Söldner, aber nicht... Ja, egal eigentlich, ne? Ach, weißt du was? Komm, da ist drauf. Ach, hier ist über dem auch. Okay. Oh, und wir hätten schwuppsdiwupps rund in die Soße. Wir haben ja auch was Gutes dabei. Und hat sie... Okay, sie haben mich jetzt angegriffen, oder? Nun kann ich zurückschlagen und eventuell... Ach, der Schlüssel. Da sieht man auch an diesem Schlüsselträger. Ach, Kacke. Hey. Ey, also jetzt hört's mal auf. Ne? Ich wollte doch nur... So. So, schwuppsdiwupps. Ah! Warum? Ich weiß nicht, ob du dran bist. Auf jeden Fall bin ich denn gleich durch. So. Und noch einmal. Andi. Ups. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich dieses Doofe bin und die Schule... Aha. Komm mal hier irgendwie durch. Ist wohl nicht ein Haupteingang. Aber auf jeden Fall... Haben wir ja schon gut uns gehen lassen. Da oben ist noch ein Fragezeichen. Oder wohnt wohl einer? Hat wohl jemand eine Frage für uns? Irgendwie. Ne? Ja, hier ist ja der Kollege Schnürschuh. Oh, warte mal kurz. Sauber. Der Steuereintreiber arbeitet nicht allein. Jemand von außerhalb Dagdats hält die Zügel. Der Brief hat einen seltsamen Geruch. Er duftet nach Rosen und Eisen. rosen und eisen das ist ein friedhof oder eine öl haben wir bekommen also eisen ist ja blut und rosen könnten ja weil man beim friedhof vielleicht blumen rosen niederlegt ach so wieso machen soll untersuchen tschuldigung tut mir leid mit abgehauen ob es tschuldigung hier so passiert mir manchmal einfach mal abgehauen das ist eine truhe oder hier aber noch was lesen genehmigte mittel für blockaden die vereinbarte summe wurde aus steuervermögen für alkar entnommen und wir angewiesen unterstützung der hafenbehörde zugestellt macht aber auch irgendwo sinn dass es so ist ne also es ist nicht sinnvoll aber es macht sinn dass es so ist ja ja du hast mich aber auch ganz gut ich glaube du bist der letzte hier im bunde was die scherbe war das die da hinten oder was die nee oder ja also theoretisch bin ich schon aber ich bin eigentlich so abgelenkt gewesen dass ich mitbekommen habe war das da hinten die nähe oder auf was natürlich ok 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 ja mach jetzt meine so auf dem dach hier eventuell nie ok 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 Der kann man nicht aufmachen. Ich finde das fies. Mal kurz. Denen aber ist ein Einsam. Die haben auch überall hier das ganze Dürrham hier rumliegen. Ich finde das schon ein bisschen fahrlässig. Hier ist überall Kohle rumliegen lassen. Und sogar in irgendwelchen Vasen. Also warum macht man sowas? Hilfsmittel brauchen wir nicht. Wie zum Teufel sagen wir jetzt hier. Ah. So rum. Oh. Jetzt habe ich hier so eine Special Truhe aufgeschmissen. Ach stimmt. Wir müssen auch das Ding untersuchen hier. Ne. Da unten ist noch irgendein Schreiben oder so. Wenn ich das richtig sehe. Wir schauen uns das mal an. Aber nehmen wir uns noch vorher den Kollegen hier. Zum Munde. Dass wir den. Das ist jetzt der letzte. Können wir hier. Ne eben nicht. Ah. Können wir von oben runter oder so? Ich will ja nur hier. Durchsegel. Hallo. Okay. Von hinten war es ja. Ja. Entschuldigen Sie. Tut mir leid. Habe ich das hier schon angeschaut? Ne. Noch nicht. Ich will jetzt zur Erhöhung der Steuern. So heil. Hier sind die vorgeschlagenen Steuerhöhungen. Bitte handel entsprechend. Getreide. Ein zwanzigstel. Nahrungsmittel. Ein zehntel. Stoff. Ein zehntel. Dafür war er ein fünftel. Er geht gerade 20%. Heilige Scheiße nochmal. Oh. Sorry. Aber was ist ein zwanzigstel? Ist doch... Ne. Ein zwanzigstel ist... Nicht 20%. Sondern 5%. Oder? Ein zehntel. 10%. Und nochmal halb so viel. Ja. Okay. In Ordnung. Schubst die Wupps. Wir gehen mal... Also wenn wir hier auf Navi oben eine Scherbe sehen für das Schwert, das wir dann in der Oase uns mitgehen lassen können, dann bitte kommunizieren. Aber... Aber... Ich würde sagen, für heute ist es knapp Viertel vor... Knapp Viertel vor... Äh... Eins. Das wir eventuell mal fertig machen. Weil ist ja auch schon... Die Scherbe... Die Scherbe... Nee... Die einen Scherben... Nicht, ne... Diese Spezialscherben, die sieht man echt hier nicht. Ne, ne... Die Spezialscherben sieht man hier nicht. Ne... Nur die... Ah, der Fakte von Darwin... Oh, ich bin völlig bekloppt. Also es könnte natürlich auch sein, dass wir hier... Truhen, Truhen... Ein... Ah, stimmt. Rätsel können wir auch noch machen. Oldemite... Ah, ein Buch, das wir finden können. Da waren wir schon ein paar Mal drin, die Garnison. Da haben wir wieder... Was zum Clown... Hier auch noch was... Hier auch... Aber diese Spezial-Spezial-Scherben... Die... Sind die random? Eventuell schon, ne... Da ist die einfach nur... Bestimmt, hier geht es auch noch raus. Hier ist noch ein Buch. Die gibt es bestimmt auch... Äh... Ist hier noch mal... Al-Anbar und der Winterpalast. Sind das nicht die Zeichen... Die wie das Essens... Essensviel-Logo aussehen? Kann auch gut sein. Nee... Ich weiss, dass du meinst... Die Dinger, ne... Also zum Beispiel auch sowas hier... Wir haben jetzt die Geschichte aus Bagdad... Nö... Du... Egal... Wenn wir eins sehen... Auf der Karte oben... Dann werden wir's, äh... Looten... Aber... Ich bin jetzt schon seit knapp 3 Stunden hier... On the Line... Ja, man sieht's... Ich bin on the Line... Und ich werde hier grad sterben... Von dem her... Äh... Ich glaube, es ist... Es ist die korrekte Zeit, um aufzuhören. Und warum bin ich jetzt hier wieder total... Ah, ich bin ein... Ah... Naja... Logisch. Hallo! Äh... Ich wollte eigentlich aufhören! Und nicht grad einen Krieg anfangen! Ähm... Ich... Ich wollte... Ich wollte doch aufhören! Äh... Mal kurz... Wir gehen schwimmen! So akkurat wie ich's gemacht habe... Wir gehen jetzt mal kurz schwimmen! Und... Dann haben wir uns... Äh... Eventuell dann wieder im Griff! Und... Dürfen... Nicht mehr verfolgt werden! Sind wir noch gelb? Also wir sind noch gelbe hier im Busch! Aber wir haben... Ja... Oben auf der Mappe hier... Oben auf der Karte... Da wird mir jetzt angezeigt... Es ist... Wär schon cool, wenn wir das irgendwann dann hätten! Irgendwann kriegen wir die... Irgendwann kriegen wir die letzte Scherbe! Irgendwann! So... Wir sind nun entkommen! Und würden sagen... Da sehen wir uns wieder! In der nächsten Session! Spätestens nächste Woche! Mittwochs! Äh... Aber heute ist der 1. August! Genau das stimmt! Und ähm... Hallo? Jo... Was... Was wollen die denn? Und ja heute ist 1. August! Feiertag für mich! Ne? Sauber! Dann noch einen schönen Abend! Wir sind eine schöne Nacht! Schöne Morgen! Was auch immer! Ich geh jetzt pennen! Noch nicht ganz! Äh... Aber... Ja! So weit, so gut! Ich merke mich ab hier vom Stream! Wir sehen uns wieder! Bis dann! Ah! Tschüß! Und tschau! Eventuell mit V! Okay! Bis dann! Tschüß!